Auf der Suche nach spannenden Dingen sind wir hier zu LG gekommen und sind neben einem Kühlschrank gelandet und Klaus Petry von LG wird uns jetzt erklären, was an einem Kühlschrank aufregend sein kann. Es ist ja so, dass Kühlschränke immer energiesparsamer werden, also weniger Energie verbrauchen. Das Problem ist immer, wenn ich die Tür öffne, dann nutzt die beste Isolierung nicht und wir verlieren immer noch ihre Kälte innen drin. Es gibt eine sinnvolle Möglichkeit, man klopft an und man kann sehen, was im Kühlschrank drin ist. Wenn ich weiß, was ich brauche, ist sowieso nicht im Kühlschrank drin, dann brauche ich ihn gar nicht aufzumachen, die Kälte bleibt im Kühlschrank drin. Wenn ich aber sehe, dass das, was ich brauche, hier vorne drin ist, dann kann ich einfach die Tür, die hier drin im Vorderteil ist, öffnen und kann eine Sache rausnehmen. Ich muss nicht den ganzen Kühlschrank öffnen und die Kälte bleibt im Kühlschrank. Sehr praktisch und wie gesagt, Energiespark.